Wissen ist der Hit. Kommt, singt alle mit. Blippi! Hey, schaut mal, wo wir sind. Heute sind wir im Glazer Kindermuseum in Tampa, Florida. Das wird Spaß machen. Los geht's! Schaut euch diesen Raum an. Es gibt so viele Dinge zum Spielen. Zum Beispiel im Wasser. Guckt mal. Oh, und seht euch das an. Das ist der Hafengüterzug. Wenn man diesen Knopf drückt, hebt der Kran die Güter über die Bucht. So wie im richtigen Leben. Tschüss, Güter. Oh, und schaut mal. Sieht aus wie eine Modellhängebrücke. Und hier sind Bälle. Man tut die Bälle in die Röhre. Schaut sie an. Wow. Die Bälle sind bis zum Ende der Spur gerollt. So wie die Autos. Schau all das Spielzeug an. Ein gelbes Spielzeug. Ein blauer Ball. Ein grünes und gelbes Boot. Und ein Fisch. Ich mag Fische. Fische schmecken lecker und sind ziemlich gesund. Und guckt, ein Taucher. Ich setze ihm seine Maske auf und sein Atemgerät. Und der Luftbehälter lässt ihn unter Wasser atmen. So. So ein Spaß. Apropos Spaß. Seht mal. Das ist eine Schraube, die halb unter Wasser und halb über Wasser ist. Wenn man sie dreht, treibt sie das Wasser nach oben. Wow. Und wenn das Wasser oben ankommt, fließt es aus der Röhre und dreht das Rad. Wow. Das hier macht so viel Spaß. Und was ist das da drüben? Sieht aus, als wäre da ein Knopf. Was passiert, wenn man den drückt? Wow. Das ist eine Pumpe, die ich mit der Hand bediene. Drei. Zwei. Eins. Okay. Lass uns sehen, was es sonst noch so gibt. Es ist noch ein Hängebrücken-Modell. Und schaut mal. Das ist ein Modell-Auto. Vum, 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 vum. Es ist Zeit für ein Rennen. Zählt für mich. Drei. Zwei. Eins. Ja. Los geht's. Ja. Geschafft. Los. Ja. Es ist ein Fernrohr. Was ist das da oben? Das ist ein Kreuzfahrtschiff-Simulator. Vorwärts. Rückwärts. Das ist so cool. Und guckt mal. Da ist Sand. Und ein Haufen Sandspielzeug kommt hier runter. Ich schaufel den Sand auf. Schaut mal ganz genau. Okay. Lass uns einen Ort zum Abladen finden. Und dann kommt es unten raus und die hier drehen sich. Der Sand ist echt cool. Das ist wie ein Anker hier. Guckt mal. Man muss das wie einen Schatz ausgraben. Wow. Wie ein Anker, der mit dem Boot verbunden ist. Und dann schmeißt man ihn über Bord. Und er landet auf dem Meeresgrund und hält das Boot fest an seinem Platz mitten im Ozean. Und dann bin ich zur Weltmusikausstellung gegangen. Schaut mal. Wir trommeln richtig doll. Und jetzt trommeln wir sattet. Und dann trommeln wir wieder doll. Wow. Es ist ein Supermarkt. Kommt. Lasst uns einkaufen. Erstmal brauchen wir einen Einkaufswagen. Los geht's. Hm. Was sollen wir einkaufen? Lass uns Cornflakes kaufen. Okay. Und für's Mittagessen kaufen wir Lasagne. Lecker. Ich liebe Lasagne. Und Zimtkekse. Eiswaffeln zum Nachtisch. Ach ja. Ich brauche Gemüse. Ich liebe Gemüse. Es ist so gesund. So wie Paprikas. Lass uns grüne nehmen. Und eine rote Tomate. Eine Karotte. Mais. Was ist hier? Bananen. Bananen sind lecker und gesund. Orange. Es ist eine Orange, die orange ist. Und wir können einen Apfel und eine Birne gebrauchen. Lecker. Und wir können unsere Dosentomaten nicht vergessen. Und... Mal schauen. Was noch? Hm. Was sollen wir noch kaufen? Spaghetti-Ringe. Ja, Spaghetti-Ringe. Und noch mehr Spaghetti-Ringe. Und mehr Spaghetti-Ringe. Okay. Jetzt haben wir unsere Einkäufe. Jetzt... Die Bäckerei. Wir können nicht ohne ein Stück Kuchen gehen. Okay. Los geht's. Lass uns eins von denen kaufen. Okay. Hm. Das sieht so lecker aus. Hm. Das war lecker. Kommt mit. Los. Ach ja. Wir müssen erst noch bezahlen. Mal sehen, was wir hier haben. Das macht... Mal schauen. Okay. So viel ungefähr. Ja. Okay. Wir können gehen. Los geht's. Ja. Jetzt, wo wir unsere Einkäufe haben, ist es Zeit zu kochen. Okay. Lass uns das hierher tun und hier rüber gehen. Perfekt. Das sind Pizzaöfen. Ja. Und das ist der Belag für die Pizza. So viele Optionen. Guckt mal. Okay. Ich mache eine Pizza. Mal sehen. Fangen wir mit dem Teig an. Und was wollt ihr drauf? Oh. Ihr mögt Paprika? Okay. Lass uns grüne Paprika drauf tun. Noch ein Stück. Mal sehen. Und Peperoni? Ja. Ja. Wir tun Peperoni auf die Pizza. Drei Scheiben Peperoni. Eins. Zwei. Drei. Okay. Guckt mal. Ich glaub, wir brauchen noch mehr. Zum Beispiel Pilze. Ja. Ich liebe Pilze. Zwei. Drei. Und schwarze Oliven. Lecker. Okay. Alles klar. Schaut euch die Pizza an. Die sieht lecker aus. Wow. Ich pack sie in den Ofen. In Ordnung. Wir müssen ein bisschen warten. Okay. Lass uns hier rüber gehen. Und sie servieren. Hier. Guten Appetit. Oh. Was ist das da? Das ist... Ja. Wo man Sandwiches bestellen kann. Wollt ihr ein Sandwich? Ich liebe Sandwiches. Fangen wir mit dem Teller an. Und nehmen Pizzabrot. Okay. Und wollt ihr Käse? Ja. Ich mag Käse. Lecker. Der Käse kommt aufs Brot. Und, äh, wollt ihr Salat? Salat ist super lecker. Und gesund. Okay. Und... und Wurst. Das sieht so gut aus. Seht ihr das? Was können wir noch verwenden? Wie wär's mit mehr Gemüse? Ja. Zum Beispiel Tomate. Lecker. Ja, genau. Lass uns Tomaten auf das Brot tun. Zwei. Okay. Jetzt brauchen wir noch eine Scheibe Brot. Okay. Das sieht lecker aus. Jetzt können wir es servieren. Alles klar. Hier. Bitte. Okay. Komm. Wir holen ihm einen Becher. Und dann ist es Essenszeit. Gelber Becher für dich. Und ein blauer Becher. Guten Appetit. Wow. Eine Feuerwehrwache. Feuerwehrwache 110. Und da. Feuerwehrmänner und Frauen. Und ich werd ein Feuerwehrmann. Hallo. 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 Hi. Und zu guter Letzt. Hallo. Hey. Okay. Wir müssen in das Feuerwehrauto einsteigen. Ich brauch meinen Hund als Beifahrer. Okay. Setz dich, Partner. Okay. Und dann... Oh weia. Ich hab die Sirene gedrückt. Lass uns den Feuerwehrhelm aufsetzen. Okay. Wir sind auf der Wache. Ich schließe den Hydranten an. Hol den Schlauch. Wir sind angeschlossen. Lass mich schnell da rein gehen. Hallo da unten. Seht mal. Eine Stange. Bereit? Lass uns das Feuer löschen. Es brennt. Los komm rein. Okay. Los geht's. Orangener Ball. Blauer Ball. Blauer Ball. Wow. Okay. Blauer Ball. Wow. Wow. Habt ihr das gesehen? Was ist das da drüben? Sieht aus wie ein Haufen Zahnräder. Und sie drehen sich. Aber wenn man das hier dreht, soll sich glaube ich das da drehen. Mithilfe der anderen. Okay. Wir müssen sie verbinden. Okay. Lass uns das Gelbe mit dem Roten verbinden. Das Rote mit dem Gelben. Und dann das Blaue mit dem Roten. Seht ihr? Und jetzt verbinden wir das Blaue mit dem Blauen. Blau. Blau. Rot. Gelb. Rot. Bereit? Wow. Geschafft. Yeah. Und schaut was jetzt passiert. Wow. Hey. Seht das hier an. Eine Kletterwand. Eine Wand mit vielen kleinen Plastikfelsen drauf. Die kann man greifen und sich festhalten und drauf treten. So kann man die ganze Wand entlang klettern, ohne den Boden zu berühren. Was ist das? Da sind ein paar Tiere. Zum Beispiel die Schildkröte. Schildkröten sind sehr langsam. Und ein Hund. Und ein Hase. Und ein Papagei. Papageien sind schnell. Ich frag mich, was man hier macht. Ich drück mal den Hasen. Ich bin bis zum Ende gerannt und hab den Hasen besiegt. Okay. Jetzt der Papagei. Der ist schneller. Bereit? Los geht's. Geschafft. Oh, hey. Ich stecke gerade diese Bausteine an die Wand. Schaut, was ich schreibe. Prpoints. Ich hab meinen Namen geschrieben. Kennt ihr meinen Namen? Ja, Blippi. B-L-I-P-P-I. Blippi. Lass uns gucken, welche Wörter andere Leute geschrieben haben. So wie hier. Mein Zeug. Und dann? Frieden. Frieden. Glücklich. Freund. Und Liebe. Liebe. Und mein Bruder. Mein Bruder. Hier im Museum haben sie eine Bühne. Man kann sich als Pirat verkleiden und schauspielern. Schaut mein Schwert an. Mal sehen, was es hier noch gibt. Hier. Eine Wand voller kleiner Stäbchen. Und sie sind rot. Man drückt sie rein. Ich hab eine tolle Idee. Seht mal. Das war lustig. Guckt mal hier. Kommt her. Kommt hier herum. Oh, schaut. Da ist mein Gesicht. Mein Körper. Meine Hände. Als hätte ein Jäger mich gefangen. Los. Richtig coole Bausteine. Mehr bunte Bausteine. Grüne. Und ein pinker. Und ein roter. Was ist das hier? Oh, es ist echt dunkel hier drin. Kommt rein. Okay, okay. Da ist eine Lampe und eine Lichtwand. Guckt mal. Ich hab meinen Namen geschrieben. B-L-I-P-P-I. Das ist so cool. Okay. Was Neues. Ja. Das ist eine Tanzfläche. Und schaut. Da ist sogar eine Kamera. Wow. Okay. Ich glaub, ich muss den Knopf drücken. Mal schauen. Pop, Ballett, Bollywood, Lateinamerikanisch, Country, Hip-Hop, Party und Zufallsauswahl. Ich glaub, Party. Blippi. 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 Los kommt alle her. Lernen ist nicht schwer. Blippi. 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 Vielen Dank an das Glazer Kindermuseum in Tampa, Florida. Falls ihr jemals in der Gegend seid, schaut mal rein. Es macht mega viel Spaß. Blippi. 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 Jetzt mach deine Zahnbürste bereit und mach mir nach. Okay, wir haben zwei Minuten. Los geht's. Wir putzen Kreise, 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 Kreise. Kreise von allen Seiten. Kreise von außen, Kreise von innen. Kreise oben, wo man seine Snacks kaut. Wir geben Karie es keine Chance. Tierien leben im Mund. Die müssen schnell raus. Wir putzen sie einfach weg. Los, putzt eure Zähne. Ja, schrubbt sie sauber. Kommt, putzt eure Zähne per Weiß. Okay, wir sind halb fertig. Noch ein bisschen mehr. Kommt, wir putzen. Kreise, 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 Kreise. Kreise von allen Seiten. Putzen macht den Atem super frisch. Macht euer Leicht und Weiß wie der Reis auf dem Tisch. Durch das Zähneputzen liebe ich. Ihr seid genau am Zahnfleischrand und vergesst nicht die Zunge. Jetzt sind wir fast fertig. Putzt vorne, hinten, vor und zurück. Von hinten, vor und zurück. Vorn, hinten, vor und zurück. Von hinten, vor und zurück. Los, putzt eure Zähne. Ja, schrubbt sie sauber. Kommt, putzt eure Zähne per Weiß. Zusammen Zähne putzen hat so viel Spaß gemacht. Na, und weil ihr eure Zähne einmal morgens und einmal abends putzt, sehen wir uns bestimmt bald wieder. Wenn ihr zusammen Zähne putzen wollt, mit mir, nochmal, müsst ihr nur danach suchen. Blippi Zähneputzen Lied. Ja, so heiße ich. Blippi. Na, bis ganz bald. Tschüss. Blippi. 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 Los, kommt alle her. Lernen ist nicht schwer. Blippi. Blippi. Wissen ist ja Hit. Kommt, singt alle mit. Blippi. Blippi.